hallo leute mr.net ist hier mit einem weiteren video in diesem video möchte ich euch ein neues tutorial vorstellen und zwar wie wir mit unity ein sudoku spiel erstellen wir werden in diesem tutorial oder ich werde in diesem tutorial zeigen wie wir ein zufälliges sudoku basierend auf einen bestimmten schwierigkeitsgrad zufällig generieren können wir können wir implementieren diese interaktionen hier dass wir zum beispiel uns merk zahlen einfügen wir können auch ganze zahlen einfügen und wir können unser ergebnis vergleichen wenn du also interessiert bist an sudoku an unity dann sieh dir einfach dieses tutorial an und tschüss